warum haben menschen so viele ängste kann man auch wieder anfang kann ich schon ein beispiel wer als menschen sowie hase im käfig lebt dieser käfig symbolisiert die gesellschaft wir sind diese hase sind uns und von außen ab und zu wirken eine gefährliche sache in die käfig was wir andau in dieser angst zustand bleibt und zwar diese käfig tür ist geöffnet aber wenn du genau beobachten einige hase im käfig lebt und geht auch nicht raus weil er von außen weiß die hase nicht was passieren kann sofern bleibt in die käfig lieber in der stadt nach außen zu gehen und diese draußen dass sie symbolisiert dass sie universal dauert spiritual weg und auch die verbinden mit schock und dann menschen waren nur in dieser vier zustand werden angst bekommen erste wann du nicht in die liebe bist die zweite wann du in außen lebst die dritte ist man du nicht bei dir selbst ist deine selbst nicht so befestigt oder dass sie so du dich eigene selbst nicht loslassen kann nur die vier sache da machen menschen angst aber über was hat uns angst ungefähr auch vier richtung einer ist so weltlich angst zum beispiel gesundheit geld unsere eigene sicherheit anerkennung und dann solche so weltlich das ist eine richtung zweite ist wer hat angst von liebe die dritte wer hat angst von tod die vierte wer hat angst von sexualität wenn wir die dritte und der vierte darüber sprechen über sex und menschen wollen schon lange weg laufen von dem thema und eine sache muss wir genau wissen dass sie so bestimmte wesen sind in die hintergrund ernährt von menschlichen angst und begehend und dann gerade durch politik oder durch gesellschaft kann uns menschen schön unterdrücken und dann in dieser panik angst und schmerzzustand davon ernährt ihn und was wir andauert in dieser panik schmerzzustand bleibt was wir gar keine chance um die wichtig sache zu konzentrieren sie sie beginnen sie lassen diese zeit immer mehr schnell drehen nach dem so viel arbeiten muss und dann immer mehr schnell arbeiten muss und zeit immer mehr schneller drehen und in dieser stress was wir gar keine chance zurückkommen und sie kippmassen gibt in unserer ernährung machen wir als menschen schön krank und danach gibt es uns mit medikament war die wir nehmen wirkung machen wir noch kaputt und dann sie bringen chaos und krieg in unserem leben und uns zu anschüchten und gleichzeitig aneinander zu kämpfen und dann sie durch diese medien diese plattform sehr viel falsche information und falsche hintergrund wissen uns gegeben was wir total verwirrt überhaupt verwirrt dadurch hat uns schön in dieser kantor zu halten wenn du genau dass sie diese hintergrund zusammen zusammenhängen verstehst gleichzeitig über dich selbst verstehen dann kannst du diese angst überwinden aber wenn du nach außen zu dagegen zu tun das ist relativ aussichtslos du konnte über das andern nur wann du über dich selbst so gut kennst aber vielleicht leute fragen über ein über selbst kennen ich kenne mich doch viel besser als du was kannst du über mich und dann ich werde heute dass sie ganzen einfach mit beispiel versuchen zu ausdrücken unsere eigenen selbst sieht acht brüder die erste fünf brüder ist unser sinne organ auge zu sehen ohren zu hören nase zu riechen und zu sprechen zu zu schmecken und auch die körper fühlen dass sie unsere fünf sinne organ dass dieser fünf bruder relativ ist außendienst dass sie arbeiten außendienst machen kaufen verkaufen relativ dass sie handeln gleichzeitig nehmen die kompletten information auf reflektiert in den kopf dieser kopfdanken ist die sechste bruder der ist die schlaueste von allen der bekommt die information und entscheidet das ganz alleine aber er kann nur entscheiden die sache was er schon gelernt hat was er nicht kennt die sache konnte er plötzlich nicht mehr anscheinend und in die in die moment bekommen er angst er produziert die kompletten angst und dann diese angst wurden von ihm produziert weil er erlebt relativ in die vergangenheit von die zukunft was passieren kann diese ungewissheit hat er angst sofern dass sie so der bringe uns andau in dieser angstzustand die zweite ist zwar sehr klug aber er ist nicht die herrn von uns er ist nur stellvertreter die wirklich herrn ist die siebente bruder das ist unsere eigene seele aber er ist eine schlafmutter und er ganz zeit überhaupt erst schlafmutter hat und viele menschen im ganzen leben lang in diesem schlafzustand ganz leben gelebt lassen schön von dem ganzen kopfdanken kommentieren und dann gefangen in diese panik angst der zustand verkettet mit alles so die die jeder hinsicht nicht mehr bewegen kann um das zu verändern kann man nur durch meditation und sexualität und davon die meditation das kannst du deinen eigenen selbst finden deine seele zu wecken zu wecken durch sexualität dass sie kannst du dich eigenen selbst zu befestigen weil er durch die sexualität übung bilder ist eine bilder die kraft in unser bauchbereich dann wird uns viel mehr sicherer viel mehr selber vertrauen und auch viel mehr selber anscheinend kann aber in dem moment du anscheinend mit deinem bauchgefühl nicht mehr mit deinem kopfdanken unser bauchgefühl relativ der lebt für anscheinend im moment was wirklich passiert durch die bauchgefühl anscheinend und gleichzeitig dieser dieser bauch nicht nur diese energie zu speichern sondern auch energie zu umwandeln die durch die sexuelle energie wandeln das um und das liebesenergie nach oben je mehr wann dass sie diese sexuelle übung dann je mehr wandeln die liebesenergie die liebesenergie je mehr wann du das bekommen fühlst du das komplett in dein herz total ausgefüllt von dieser liebe da hast du gar keinen platz mehr für diese ganze traurig angst und solche wirklich diese emotion das ist eine lösung wie kann uns diese angst zu überwinden die zweite habe ich gesagt dass sie wer hat angst von liebe weil viele leute wollen liebe haben und dann aber meist wurde auch von liebe verletzt und natürlich krieg auch angst müsste nicht an die liebe investieren das eigentlich von anfang vielleicht hat dieser begriff über liebe fast verstanden wenn du von die die diese bewegt richtung zu beobachten liebe ist eine energieform von innen nach außen strahl dass eine welt innen nach außen oder strahl von innen nach außen aber wenn du etwas haben liebe haben haben ist zurückzieht von außen nach innen befestigst ich wollen liebe haben aber liebe ist nach außen das ist ganz zwei unterschiedlich bewegt richtung so viel lieber konnte nicht haben konnte auch nicht besetzen nur du selber muss diese liebe sein immer dadurch die liebe zu entfalten ne und dann das ist die das ist die richtige wissen über liebe und das ist wenn du diese liebe wenn du genau das ist du fühlst von innen nach außen durch jede zelt von dir das ist so wie eine medizin lieber heilt das komplett alles egal dass sie körperlich oder geistlich deine seelische probleme werden alles geheilt und dann leute werden über liebe angst wann liebe mit beziehungen verhaftet mit beziehungen werden menschen angst weil er liebe eigentlich das ist verbinden mit einer liebeste wesen vereint mit höchster schöpfung gar nichts mit menschlichen beziehungen zu tun und dass sie kann bei meiner massage habe ich auch sehr sehr viel auch leute gesagt bei den sexuellen übungen bitte fließen deine liebe auch rein warum weil er durch sexuelle übung öffnen öffnen dich eine tür und in dem moment wann du diese liebe rein fließen rein fließt mit mir die sexuelle übung und dann ich gebe meine liebe energie raus wenn du auch deine liebe energie auch auslässt da irgendwann verbinden sie so wie strom ist es ist da werden dass sie verbinden in dem moment ich bin an dich in andere ebene andere liebe in der liebe energie ebene dann werden deine liebe energie vergrößer aber das ist nur eine theorie meinte leute traut auch gar nichts diese diese ein schritt zu geben weil immer ein bisschen angst ja weil ich das ist meine liebe jasmin zeigen durch diese sex ja kann sein ich verliebe jasmin aber ich konnte nicht mit sie zusammen bevor ich mich selber verletze dann lieber lass das ganze oder manche ist ja was ist weil ich mein lieber gibst jasmin vielleicht hat mich verliebt wolle mit mir eine beziehung das ist zu kompliziert lieber lass das ich sag es hier noch mal liebe ist gar nichts mit beziehungen zu tun gerade durch diese sexuelle übung mit mir kannst du auch diese falschen gedanken überwinden dann kannst du diese angst von liebe überwinden das ist eine wirklich deswegen meine projekt wirklich eine sehr sehr wichtige sache und dass sie alles so nicht nur eine theorie sondern dass sie auch dort sie praktisch du selber dass sie fühlen tatsächlich fühlen kann nicht nur eine theorie was du verstehen kann sondern das ist auch eine eine praktizierung und dann wenn du das kapiert dann dann bringen diese wissen noch bei für die anderen menschen andere menschen zu helfen die komplett diese diese beziehung abschneiden andere menschen auch diese freiheit wieder auch zu helfen aber natürlich viele leute sagen was sagst du jasmin schneiden komplett beziehung findest du wirklich beziehung ist unwichtig meine antwort ist ja und nein wenn diese beziehung basiert aus liebe dann ja wenn nicht dann nein und dann leute kann über meine meine sache als beispiel genau erkennen was ist die diese was ich gesagt habe meine projekte tempel der aus die ist ein erotisches projekt das werden in china überall verboten meine familie hat das auch mitbekommen dann sofort hat diese panik angst plötzlich finde ich bin so wie ein virus ich steht eine gefahr für seine familie zugehörigkeit oder für ihre familie und dann sofort hat mich abgestoßen in dem moment und dann was ich immer gesagt habe wir sind eine familie wir haben aneinander alles lieb das alles nur schauen hauen das alles nur illusion aber die leute mit man noch nicht mal selber das ist gar keine liebe das ist nur eine pflichtbeziehung weil die liebe überwinden das alles aber in dem moment die leute hat gar nichts mit liebe zu tun da merkt man sofort durch die sache wirst du das erkannt durch die sache nur einige wenige leute von meiner familie hat mich genauso lieb wie vorher weil einfach wollen mich nicht verloren und dann ich kann immer noch erinnern letztes mal war ich in china meine familie besuchen meine schwester hat zu mir gesagt großschwester ich habe ganz über dein projekt überlegt ich zwar kann überhaupt nicht verstanden was du gemacht hat aber wenn ich behärtet meine meinung dann werde ich dich verloren dann bist du nicht mehr in meinem leben das müsste ich nicht soviel du für mich viel mehr wichtig und meine kleine cousin zu mir gesagt großschwester egal wie du das entscheidest ich habe nur einen wunsch für dich ich wünsche wann du glücklich bist die andere sache alles für mich egal und da was er zu mir gesagt hat hat mein herz richtig tief berührt auch meine oma sie schon 84 jahre alt seit ich wurde von meiner familie verstoßen ich konnte sie auch nicht mehr nach hause besuchen und letztes mal war sie ich im hotel sie gewartet und sie war so schnell angezogen dann läuft so schnell und ich habe von meinen cousin gehört läuft wirklich so 40 jahre alt und so schnell um mich zu besuchen um mich zu sehen das für mich gilt lieber lieber ist eine kraft lieber ist einem mut lieber ist einer glückwunsch lieber steht über alles über überwinden das auch alles das für mich ist wirklich lieber aber nicht solche oberflächlich beziehungen dass sie so solche so pflicht beziehungen so das gibt noch eine beziehung das ist so wie immer als älter mit kindern dass ich diese älter angst die beziehung mit kindern kindern ist unsere zukunft lassen unsere kinder nicht genauso wie uns eine angst der hase zu leben wir wieder zu daran erinnern das ist die erste beispiel noch wir sind die hase in die kaffee lebt jetzt wer hat die kleine hase geschafft läuft überall total frei aus eigener fantasy die kinderzeit aber wir als älter haben wir sagen hallo hallo hasi komm einfach in die käfig rein draußen ist viel zu gefährlich hopp hopp komm schnell rein in diese käfig naja dann zwar in die käfig da drin auch auch nicht so sehr sicher aber mama papa bringen dich bei wie kann in dieser gefährlichen welt du noch überleben kannst und dann werden uns als älteren zeigen wie kann die weg laufen von dem problem oder ablenkung oder sogar auch kindern beibringen eine maske zu setzen um das ist zu verstecken das haben wir unsere kinder beigebracht das ist total falsch was wir wirklich tatsächlich kindern beizubringen ist durch liebe und durch freiheit und kann sein das ist auch meditation und dann so alte so die die kultur zu beibringen dass wir das ist die flicht von uns als älteren wir lassen unsere kinder nicht so spüren sie wurden nur geliebt wenn sie artig und gehörsam ist oder dass sie so wir lassen die nicht spüren dass sie bekommen nur aspekt von älteren wenn sie gut zensur von schule nach hause bringst oder einigermaßen erfolg erfolg gemacht hat bitte nicht schimpfen unsere kinder wenn wir total in einer schlechten laune ist oder wir in unserem leben total versagt ist wir geben diese wut weiter an unsere kindern grundlos oder dass sie so zwingt diese kinder für uns erfolgreich zu sein was in unser leben wir selber nicht geschafft hat als älter unsere liebe ist bedienenlos und dieser respekt wir als älteren gegen kinder über auch bedienenlos lassen uns nicht kindern zu beibringen haben Angst vor die kleinen tier nach von kakalaka spinnen und moskito biene lassen dass die kinder auch nicht angst von wolfen keine angst von polizei oder das ist kein angst brauchen von geist und dass sie in ihrer handlung bei unseren kindern etwas macht binden das nicht bei das muss andere leute zu gehören oder wenn wir als älter etwas macht als bei als ein vorbild nicht kinder von uns zu lernen nur andere zu kommentieren egal dass sie von unserer handlung oder von ihrer handlung und lassen kindern zu spüren dass sie diese freiheit und auch ihre freiheit und auch liebe zu spüren so jetzt haben wir genug geredet über liebe angst von liebe diese thema und die dritte ist wer hat der angst einfach angst von tod und eine sache muss wir als menschen wissen unsere seele werde nie tot soweit wann universal dao noch assistiert diese diese seele unsere seele dieser siebente bruder zwar ist nur eine schlagmutze aber trotzdem er spreche komplette information von jedem deinem leben er braucht nur erwacht dann jetzt frage ich dich willst du warten bis du tot bist deine seele von alleine wach oder bist du in deinem leben vorher schon deine seele zu wecken das ist schon hat gigantische unterschiede das darf man nicht unterschätzen jetzt ist versuchen einfach zu erklären in deinen tod deine zeit ist gekommen und deine seele wurde langsam deinen körper verlassen und dann in dem moment er ist wach er wird das so wie ein film spielen komplett was du in deinem leben gemacht hat und dann wird das alles spielen und dann in dem moment und kriegst du schon schreck und viele leute im leben nicht an seele glaubst so viele seele assistieren nicht gedacht das ist wie nach dem tod ist ein ander falsch nach dem tod ist eine gerade ist auch ein anfang du fangst an das alle zu sehen alleine kriegst du schon schockiert und dann werden genau zeigen was du im leben falsch gemacht hat täuschen betrug eifersüchtig hass traurigkeit die kompletten die negativ die die emotion das werden dort alles zeigen bis dahin bist du ausgeliefert du kannst du das nicht mehr anderen und deine kompletten die alles nehmen negativ würde dich deine seele werden dich deine eigene hölle bilden du werde in deiner eigenen hölle gefangen kannst du nicht mehr machen aber wenn du vorher in deinem leben gerade dass sie durch meditation versuchen dass ich deine leben deine seele zu wecken und dann vorher kann durch meditation kannst du schon diese trennung von dem körper und der seele und gleichzeitig du anfangen deine seele zu putzen zu reinigen und nachher ist das so sauer wie eine spiegel wenn du so weit ist wenn du tod im moment du kennst diese trennung ja das kenne ich schon und dann du bist so rein das gibt nicht etwas das dich fangen kann und auch dich zu fürsten mehr dann hast du gar keine angst mehr bauchen vom tod und dann über meditation sehr gut sehr knapp wurde darüber gesprochen nur vier satz fang sheng fang zi fang zi fang sheng heißt das ist so du lebt bitte nicht in die vergangenheit lebe bitte nicht in die zukunft lebe bitte nur in diesem moment von einem moment nach dem anderen moment dann wieder den nächsten moment eigentlich letztlich das ist ein moment und dann eine behandeln dann von einem neuen anfang etwas behandeln das ist ein tod etwas anfangen wieder neu leben das heißt von einem tod nach dem einen neuen anfang leben wieder tot wieder leben dass wir sind in einem andauernd tod zu sterben und leben sterben leben und so weiter das ist nicht nur einmal passiert sondern jeden moment nach dem anderen passiert andere moment passiert sofern dann schaffen wir auch wirklich total frei von zeit und raum sondern nur in dem moment leben dann machst du doch dein leben gut draus unser leben das leben eines menschen eigentlich kann wir selber entscheiden wer entscheidet unsere ewige existenz genau das heißt leben wissenschaft leben wissenschaft dass sie gar nichts mit schaden 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 zu tun das ist die ah seele was sagst du das ist schaden das gar nichts mit schaden zu tun das ist wirklich lebenswissenschaft genau das ist die angst leute angst von tod wie kann das sie tot überwinden das ist so dieses thema haben wir kurz gesprochen natürlich um die genaue wie kann diese durch meditation dass sie diese diese trennung zu 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 praktizieren und so weiter das werde ihnen die weitere seminar von mir geben die vierte ist wer hat angst von sexualität das spricht schon ganz viele ich wollte heute nur dass sie diesen zusammenhang dass sie zusammen in einem interview zu überbringen deswegen nur kurzfassung vielleicht hat euch über kundaline energie schon einmal gehört oder so ein bisschen intensiv befassen und kundaline energie spricht über eine schlange auf uns dass sie nach oben zu an wecken und warum das ist dieses symbol schlange genommen weil er schlange ist eine gefalt enger das ist so eigentlich das ist eine drache aber die flüge wurden abgeschnitten in dem menschliches welt hier runter geschmissen weil wir genau analysiert dass sie diese von der rücken von der schlange das tatsächlich hat zwei knochen ist etwas anders diese schlange ist eine sehr sehr heilige tier symbolisiert auch magische kraft und so weiter das tatsächlich so genau so wie uns als menschen seit wir im mutters bauch diese verbunden durch kornschakar verbunden mit schöpfung sind wir immer noch da seit wir von dem mutters bauch raus gekommen und dann diese verbunden durch diese wie heißt das schattene wie heißt diese von daher ja genau wurden dass sie immer mehr zugewachsen diese verbunden werden abgeschnitten ab dieser zeit diese schlange diese schlange ist wieder runter runter versteckt in ihrer in ihrer hölle wo ist ihre hölle dass sie ums wir wursche schlangen da versteckt sie und dann der bauch erwärmt energie um das wieder anfangen zu bewegen zu lebendig zu machen und das ist wenn du siehst dass sie in Zirkus manche leute spielen mit großschlangen du siehst die schlange kaum etwas bewegen weil vorher das wurde in eine kalt kühlbox gepackt die Schlange tatsächlich ist nicht wirklich geweckt oder erwacht oder so, bewegt sehr langsam, da braucht wirklich sehr sehr viel warme Energie, das gerade durch Sexualität, deswegen ich habe gesagt, Sexualität das ist eine Temperatur unseres Lebens, das nicht umsonst gesagt, das ist ein Feuer der Leidenschaft, gerade durch auch eine Antriebskraft von uns, gerade durch die sexuelle Übung, immer mehr Übung, zeugt dieses Feuer nach oben und dann erwärmt sich diese Schlange, anfängt langsam an, nach oben zu entwickeln und dann diese Schlange, die die Funktion ist, verbinden, Himmel, Menschen und dann Erde, Menschen und Himmel, die verbinden die universelle Zeitung, gleichzeitig verbinden unsere menschliche Zeitung, die Zeitung der menschlichen Körper, diese Verbindungen wurden von dieser Kundalinenenergie geschafft, aber die Folie ist Sexualität, wenn du das wirklich, dass du diese Kundalinenenergie entwickelst, unser menschliche Körper relativ so wie eine Leder, ich weiß nicht, wie das Deutsch übersetzt, dass sie aus einem Haus, da ist ein Stock, um dass sie diesen Strom zu unseren Leiden, wie heißt dieser, Adam? Letzterbleiter. Ja genau, ja genau, darum, dass es unser Körper nur die, nur um das zu funktionieren und dann, wenn diese Verbindungen geschafft hat, dann sind wir vereint mit Universalkraft, das ist eine Dynamik, Naturkraft, Dynamik, Universalkraft, kannst du überhaupt nicht mehr von dir geistlich oder von dir körperlich oder von dir gesellschaftlich dich noch runterziehen kann, das ist immer so gigantisch, du bist schon nicht, diese Kraft lassen auch niemanden dich runterziehen mehr, in jeder Hinsicht und dann hast du auch gar keine Angst vor, gar keine Angst mehr. Und so wie ein Pferd, dass sie so einmal so randt und dann so schnell und diese Energie war so dynamisch, dass sie kann ein Tags tausend Kilometer zurücklegen kann, dass eine so edle Hand auf seine Freiheit, oder so wie ein Adler, fliegt auf den Himmel, dass sie so eine Freiheit, niemand kann sagen, ja komm zurück, komm zurück, keine Chance mehr. Komplett in dieser Freiheit, diese Energie so stark ist, durch sexuelle Energie, gerade wegen dieser Grund, hat der Sex so runtergedrückt. Warum? Weil Religionen wollen die komplette Wahrheit unter sich packen. Jede Religion, Spitze, die Spitze, Geheimnis praktiziert schon sexuelle Energie. Aber die normalen Anhänger weiß das nicht, sollen das auch nicht wissen. Oder dass sie von der ganzen Gesellschaft wollen uns Menschen nur als Sklaven benutzen. Wenn man sowas schafft, dass die Sklaven nicht mehr da, können sie nicht mehr uns wirklich so gefangen. Sofern, und auch innerlich, das ist unser Kopfdanken, wollen nicht ermachtet werden. Sofern, dass sie versuchen immer von innen unser Kopfdanken, nein, schlecht, bitte nicht machen, total schlecht, nicht gut, böse, schnutzig, gefährlich. Und von außen wieder so viel Moralprädigung, nicht gut, und auch so alles über verboten, gesetzlich verboten und so weiter. Nur uns, keine Chance mehr, diese Verbindung zu schaffen. Wenn du so, wenn du genau das verstehst, dann musst du wirklich ein bisschen nachdenken. Vielleicht diese Sexualität doch nicht so verkehrt ist. Oder nicht so unwichtig ist. Total wichtig. Deswegen, ich habe so eine Kurzfassung über diese Sexualität. Warum Angst vor Sexualität? Dass sie von außen, von der gesellschaftlichen Religion und auch von anderen Wesen, dass sie die Schattenseite, hat auch gar keine Nahrungsmeer, um ihre, um seine Macht zu, zu, keine Nahrungsmeer für seine Macht. Dass sie in jeder Hinsicht wurden, dass Sexualität untergetrunken. Dann müssen wir wirklich auch wirklich nüchtern nachdenken, über dieses Thema. Die vierte ist, über das, was wir selber uns nicht loslassen können. Deswegen haben wir Angst. Dieser Preis, dass sie werden, sehr, sehr beraten, ist anderer Höhe für den Spiritualpreis, die Leute. Viele Leute, auch Spiritual, auch sehr viel erreicht hat, hat eigene Seele gefunden. Zu mir kommen, trotzdem zu mir gesagt, ich habe Angst. Ich habe nicht wirklich alles geschafft. Ja, natürlich hat viele Spiritualbereiche eigene Seele gefunden. Ja toll, ich kann auch Meditation. Ja cool, ja schön. Und trotzdem, so weit, wenn du noch nicht 1% bei der Schockungskraft drin ist. Natürlich hast du Angst. Du weißt nicht, was ist das. Weil die Verbindung hast du doch gar nicht geschafft. Das ist die siebente Bruder, die Seele, mit der achten Bruder. Das ist dieser Geist, dein eigener Geist. Das ist auch ein Entwicklungsprozess. Weil das ist die Seele, das ist kein Verbindung mit Schockungskraft. Das ist unsere eigene. Seele ist immer individuell. Jeder hat eigene Seele. Hat das gefunden, das ist nicht so besonders. Viele Leute finden das toll und so. Für mich nicht besonders. Und dann die, die wirklich, das ist verbunden mit Schockungskraft. Das ist unser Geist. Weil der Geist ist ein Teil, tatsächlich, das ist ein Teil von Gott. Nicht unsere Seele. Unsere Seele ist gar nichts ein Teil von Gott. Und das, diese zur Entwicklung braucht nur eine einzige Sache. Dann wirst du schon schaffen. Hört sehr einfach, aber trotzdem gleichzeitig sehr schwer. Welche Sache ist deine selbstlos Liebe? Du musst, dass sie dich selber, diese Seele, bereit zu auflösen. Dich eigene selbst zu lösen. Das ist so. Aber das tut für viele Leute ein bisschen schwierig. Ja. Alles wollen für selbst, nur für selbst zu haben. Und du möchtest ungern für andere Leute. Wollen lieber genießen, was jetzt durch Meditation oder durch die spirituelle, oder durch sexuelle Energie schon erreicht hat. Aber so weit, wenn du noch basierst auf deiner Seele. Unsere Seele ist allein gestellt. Keine Verbindung mehr. Nur wenn du bereit, dass sie wirklich selbstlos liebe. Total. Ohne selbst. Dass dann in dieser Höhe dann deine Geist wurde verbindet mit Schockung. Das ist dein Zuhause. Du wirst in deinem Leben, wenn du so weit anwegst, wirst du auch diese Verbindung geschafft hat. Dann weißt du, was ist das. Dann wirst du nie zu mir noch sagen, ich habe noch Angst. Dann zeigst du schon, du hast gar nichts erreicht. Du musst auch weiter anwägen. An uns selbst arbeiten. Das sind die Dinge, heute wir sprechen über dieses Thema. Warum Menschen haben so viel Angst. Ich hoffe, dass ich so einigermaßen euch auch helfen kann. beings pandemieren nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020